Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu New Replikant. Ach, Gott sei Dank sind wir aus diesem beknackten Wald draußen. Das war ja schon echt übel mit dem Wald, muss man sagen. Das war viel zum Lesen. War mal was ganz anderes, aber war viel zum Lesen. Ich muss jetzt was tun. Es tut mir leid. Die, 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 eins leise. So, ich würde sagen, wir gehen direkt zurück. Äh, perfekt. Ich muss gerade überlegen, wie die Steuerung war. Bam. Das Dorf habe ich eh gefressen. Während ich weg bin, sabotieren die meine Ernte. Da bin ich mir absolut sicher. Um ja jetzt auszuwischen. Ah, die Maus muss wieder weg. Hm, 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 hm. The Ultra ist wieder da. Er ist nach Hause gekommen, um mich zu besuchen. Ja, The Ultra. Wuhu. Sorry, sorry, sorry. Ja, das war's für mich. Ich bin zuerst ein paar Jahre alt, so ich bin zuerst ein paar Jahre alt. Ich bin zuerst in der Stadt, wo ich jetzt die Kinder, die immer wieder auf die Runde besitzen kann. Ich bin zuerst ein kleines Kabans, so ich bin zuerst. Ja. buch ist beste wir haben doch genug oder haben wir noch haben wir nicht genug ich dachte wir haben nicht wieder genug gesammelt was haben wir eigentlich noch für quests auf alles mit adlerschwingen deine wassermelone und das mit dem weizen und den sardinen ja da müssen wir mal gucken wer bist du denn okay ein seltsamen hut da haben wir schon auf dem weg irgendwo finden vielleicht sogar meeresfront wäre ganz nett mich würd mal interessieren okay 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 gegen single target ist das jetzt nicht so geil logischerweise alter mehr wie die lanze viel besser du hast das wort solis erhalten mit allen kategorien genutzt die kampfkünste mpw prozent wieder herstellungsrate bären mpw hm 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 So Nach dem Adlerei müssen wir auch noch gucken an irgendeinem orengelegenen Ort Ah, noch so mit seltsamem Hut nicht vergessen. Ah, noch so mit. Ich habe mich nicht mehr als Frau in der Haus, und ich habe keine Zeit, und ich habe keine Angst, und ich habe nichts mehr zu tun. Das ist schwierig. Was? Ja. Hast du nicht die Frau, die ich mich daran erinnere? Nein. Aber ich habe immer noch einen Freund, mit einem Freund zu essen. Dann kann ich mir das, was ich. Das stimmt. Ja, ja. Okay, wir suchen seine Frau. Ja, irgendwie glaube ich das ein bisschen auch. Wenn er sagt, das ist alles seine Schuld. Hm. Oh Mensch, du wärst jetzt abgeschleppt worden und du suchst... Nee. Echt sad life. Ich wünsche ich könnte diesen... wow! Das hätte ich gern gelesen! Ja, ne, wir laufen Wir werden die Stadt verlassen und vielleicht zu dem Anwesen Das kann ich mir gut vorstellen Dem Spinnenanwesen Mittlerweile kriegen wir die voll easy tot Also jetzt sollte ich mal tot zum Alltag nehmen BAM Alles klar Die macht das schon schön Solo So Wir kommen nicht an Okay, hätte ja sein können, dass die sich hier irgendwo verkriecht War so meine erste Vermutung Aber in dem Fall Wobei, guck mal, da ist ein Pfeil noch rein Kommen wir hier aber nicht rein Okay, ne, okay Wir gehen Äh Oh, Sequenz Oh, dann Tasse Oh, Mann Man, warum ist das eigentlich in dem Spiel mal so assi Kann die nicht hier zufällig irgendwo, ne Nur weil ein Schatten die Hunter schadet Heißt das ja nicht Heißt das ja nicht, dass sie tot ist Hallo Bitte Okay, wir gehen zurück Ich hab gehofft, vielleicht finden wir sie hier irgendwo noch am Rand Und trotzdem Aber dann kann er vielleicht mal mit der Wahrheit rausrücken Warum die sich immer gestritten haben Oder beziehungsweise Muss ja einen Grund haben Gegrund gehabt haben Abzuhauen Hallo Hallo Oh, hallo Bush Hallo Stein Und hallo Wildschwein Wir gehen zu dem Mann zurück Oder Shit I there I Not n 싶 E I ver Den Wand fragen. What? Ah, hast du diesen Kaban geholfen? Schön, du hast ihn verletzt, ja? Ich bin wirklich無聊! Schön! Was, was? Wie ist das denn? Entschuldigung. Ich habe diesen Kaban, so habe ich mich verletzt. Ich bin wirklich無聊. Das war's für mich. Das war's für mich, nicht wahr? Ich habe den Lingen gebraucht. Ich habe das Lingen gebraucht. Ich bin wirklich entschuldigt. Ich habe es nicht mehr zu tun. Ich habe es nicht mehr zu Hause. Zu Hause? Ich habe nur in der Realität. Was? Ich habe schon gesagt, dass ich ein Wochenende zu Hause habe. Hm. Komm, bleib mal zuhören. Das ist witzig. Oh, shit. Oh, man. So ein Apfel wegessen ist ja jetzt nicht lang, nicht so schlimm wie ein Jahresgeschenk zu verlieren. Jetzt sagen wir doch mal ehrlich, oder? Da ist Hand aufs Herz. Also ein Apfel wegessen, ja, also bitte. Da kaufst du halt einen neuen. Also die Tasche verlieren ist das schon, ne? Ah. Ganz ehrlich, alle beide. Ja. Der sammelwütige Waschlappen. Eigentlich ist die Frau in dem Moment wieder schuld. Aber. Ja, er hat nicht mal zugehabt, dass sie zu ihren Eltern geht. Das ist beide schuld. Eine Stille spät. Das ist die Frau in dem Moment wieder schuld. Das ist die Frau in dem Moment. Und da macht es dich, was ich? Ob ich werde, was ich tun? Ich werde nicht mehr tun. Ja, du bist nicht mit deinen Arbeit. Ich werde nicht mehr mit den Hühlerken und frei auf dem Abkommen. Oh, ich habe noch nicht gesagt, aber ich habe noch nie mit dem neuen Arbeit. Hä? wirklich? Oh mein Gott! Warum hast du hier nicht gesagt? Entschuldigung, ich wollte dich überraschen. Was ist das? Na, wir machen uns heute mit Ringe mit Pai. Ah ja. Stimmt. Okay, er arbeitet weiter, super. Okay, für morgen früh. Ach. Das machen wir, wobei wir wollten noch den Sohn fitten, ehrlich gesagt. Ich wollte nur mal kurz gucken, ob der vielleicht irgendwo hier in dem Bereich ist. Lalalala. Nur wenigstens mal kurz gucken, die Leute. Beziehungsweise ich mach das auch screen, ich guck mich kurz in der Stadt um. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe ja bis dahin eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.